Na ja, Pferde haben einen fetten Arsch, weißt du doch. Warum haben Pferde einen fetten Arsch? Keine Ahnung. Na ja, wenn ich dir das jetzt so sage, dann kriege ich Hate-Kommentare. Hat was mit den Frauen zu tun. Nein. So, jetzt Attacke, jetzt bist du fertig. Jetzt habe ich meine mega krasse, geile, blaue Rüstung. Wenn die Power Rangers... Sehe dich. Und wie gefällt dir meine Rüstung? Sie ist aus wie das Keksmonster. Bei allem gibt es noch in Pink. Was? Ja. Und in Grün. Warum das... Ja, das sind halt... Das bin ich in Pink gemacht. Keine Ahnung. Das sind halt... Ne, da brauche ich ja diesen anderen Stahl dafür. Achso. Elementschirm. Und den kriege ich halt nur mit dem Elfenportal. Ja. Genau. Ja. Ja. Genau. Echt? Ja. Die sieht man nicht durch den coolen Helm. Hehehehe. Voll. Hm. Hm. So, weiter geht's jetzt im Geschäft. Was machen wir jetzt da? Wie kriege ich Dragonstone? Okay. Das könnt ihr gleich vergessen. Ich... Warum gibt es so einen Roman namens Mutter? Keine Ahnung. Gib mir einfach mal ein. Ich weiss... Ich weiss halt nie, was der macht. Hm. Da muss irgendwas angehen noch. Dabei. Also... Show Items. Text layers. Mhm. Also... Ein Pilz. Ein Shizzled Stone. Block of Coal. Und ein... Brauner Pilz. Mushroom. Ich hab nur braune Pilze. So... Stone hab ich natürlich nicht mehr. Wo ist mein Kabel Stone? Da. So... Den Shizzle brauche ich. Hm... Was muss noch da rein? Ein Mana Stil und ein Mana Powder. Mana haben wir hier. Was? Nur 4 Sachen? Ach ne. Der geschüsselte Stein. Tatsache. Da war ja was. Ah... Shizzled Stone. Da. Zwergmal ist das Zeug. Sh deja sa sometio. Shake deinen booty, baby... Shake die booty. Shake de booty! Shake die booty... Shake dein booty! Shake die booty. Shake die booty. Ich, komm, verbrenn nochmal schneller und produziere schneller Mana, du Arscher. Das ist doch nicht so fies. Ja doch, die brauchen das. Die brauchen das. Meine kleine, kleine Potato, die brauchen das. Jetzt baue ich dich erstmal ab und setz dich woanders hin. So. In den Keller. Und du siehst sowas von aus wie Melvin. Ey. Ach Melvin. Du kannst aber nicht so komisch rum. Warum habe ich Durability verloren oder hast du mich gehauen vorhin? Einmal. Marschloch, ich habe Durability verloren. Ich habe Hypergeld für meine Rüstung verloren. Gar keine Rüstung, checke das. Ich habe Haltbarkeit von meiner Rüstung verloren. Das war nur eine. Das war nur eine. Und eine ist besser als... Du. Zwei. Nein. Boah, ich muss erst mal was trinken. Ich sehe auf der Map nur deinen Namen verschwinden und wir auftauchen. Ja. Ja. Ich muss trinken. Boah, ich war den ganzen Tag heute mit meinen Kindern alleine. Meine Ex ist immer noch nicht zu Hause. Boah, du Arme. Und das Geile ist, wenn die Folge rauskommt, wohne ich schon in meiner eigenen Brude. Boah. Leute, morgen Steampunk. Ja, Steampunk. Ja, Steampunk. Eventuell der erste Tag der 15.8 Uhr startet. Eventuell. Okay. Wenn das Mod-Pack hier noch weiterläuft, dann natürlich hinten raus. Schade, da habe ich keine Ferien mehr. Tja, Melvin, jetzt muss ich entscheiden, Schule oder Steampunk? Was ist dir wichtiger? Hm. Ja, Steampunk. Eindeutig. Na gut, da ist mal Bescheid, ne? Also, ja. Du darfst nie wieder in die Schule gehen. Nie wieder. Ich hoffe, ich werde in Steampunk mehr unterrichtet. Ja, morgen Totschlag. Okay, das reicht schon. Aber was ich geschrieben hatte heute mit den Blöcken, das war echt geil, wie die aussehen. Also, so richtig alte Metallblöcke, einige verrostet, andere wieder so halt ganz normal. Das sah richtig geil aus. Hast du mir Hühnerkacke in die Kiste gelegt? Ja. Ich produziere auch hier Melz genug davon. Äh, hier habe ich dann noch mehr davon drin. Ich müsste mir endlich mal so ein wildes Terminal craften. Warum? Ach, bestimmt wegen der Blume. Oh, lol. Weil die im Weg steht. Deswegen. Oder? Die Knicks wissen, was du meinst. Nee, äh, hier... Ähm... Genau. Ach, Mann, das ist... Ach, Mann, das ist... Ja, hier... Nee, wegen dem Mana-Gedöns. Ach so. Ich bekomme einfach keine Grass-Seeds raus, also... Na toll. Karotten-Seeds. Ach, ich aber nicht. Warum? Liegt das ernsthaft an dem Wetter? Jede Menge Kiesel, den ich auf dich schmeißen kann. Gehst du mal bitte ins Bett schlafen? Weil ich habe hier keinstes mal stehen bei mir. Ach so, ja. Weil dann hört der Regen auch auf. Wieso ist hier ein Kieselstein in meinem Pool, Runner? In deinem Pool? Ja, im Mana-Pool. Ach so, im Mana-Pool. Ich dachte, du hast dir da einen Pool aufgestellt. Schön wär's. Oder? So, mal im königlichen Bett. Hm. Hm. Okay. Das Edithing produziert einfach kein Mana mehr, ja. Pferde sind ausgewachsen. Ich brauche aber keine Pferde, das heißt die Schlachteseed. Warum? Ich brauche keine Pferde. Warum funktioniert der Ene Mana Spree da nicht mehr? Oh, ich habe einen Loot-Bake bekommen. Warum? Hm. Ich bekomme den heftigsten Moped. Was ist das für ein Loot-Bake? Ein Weißer? Hm. Grüner. Ja, das geht noch. Ich hab, ähm. Die kannst du aber auch sammeln und wenn du immer 4 von der einen Sort hast, kannst du die zusammencraften zu einem noch besseren. Oh, Lead auch. Hast du doch schon massig. Hm. So, jetzt, äh. Komm, mach, los, komm. Ich muss immer noch mal eine Mission machen. Äh, hier, Deko. Craft. Oh nein, ich hab Tyrox anwesend. Ja, wieder zwei Runen. Geht mal aus dieser Ecke raus. Was macht denn dir da? Hühnerbabys. Das ist nicht kinderfreundlich. Egal. Nee. Na doch. Nein. Na doch. Es ist nicht... Nein. Na doch. Es ist nicht... Nein. Merkt euch eins. Hühner stinken. Genau. Und ich hab immer noch keinen einzigen... Oh lol, ernsthaft? Ich hatte das Ding deaktiviert. Deswegen hat das Kin Mana produziert. Scheiße. Also merkt euch eins, Ecke ist inkompetent. Dein Kommentar. So, ich hab jetzt die Feuerruhne und die Erdruhne. Jetzt brauch ich noch die Wasserruhne. Dazu brauch ich Mana Stil und Stil Powder. Mana Stil und Stil Powder. Dann brauch ich eine Angel. Eine Angel brauch ich noch. Für eine Rune. Eine Angel. Melvin, hast du das gehört? Ich brauch eine Angel. Dann hol dir eine Angel. Hab ich schon lange. Okay. Ohhhh. Zuckerrohr und Bonemiel. Ah ja. 3K Bonemiel. Ähhh. Und 120 Zuckerrohr. So, dann können wir das auch herstellen. Das da rein. 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 Ja, grüne Farbe. Das da rein. Dann brauchen wir das da. So. Jetzt hab ich die Kohle wieder eingesammelt. Ich voll lang. So. Ja, geil. Ich hab gleich die nächsten Runen. Ich hab gar nicht gedacht, dass das so einfach geht. Ich dachte, das war schwieriger. Nur dieses eine verkackte Hühnchen herstellen. Welches Hühnchen? Terrasti-Hühnchen. Terrasti-Hühnchen. Tja. Hm. Genau das, was Terrasti scheißt. Alle 70 bis 140 Minuten. Oh. Eins. Ach. Was man auch aus keinem Lootback bekommt. Oder so. Nein. Warum? Warum auch? Ich will halt einfach nur ein scheiß Elfenportal haben. Genau. Wer würde das nicht gern haben? Du, ich würde auch gerne eine unendliche Manaquelle haben. Da hättest du ja auch keine Probleme mehr damit. Aber. Ich heiße nicht Punkt und Punkt. Das ich mir das geben muss. Ey. Nein. doch. nee. Meiden ernsthaft? gut, dein Glück. Ich habe nichts eingesammelt. Sag nichts. So, ich habe meine Runen. Was? Bitte meine Kohle wieder da hinschmeißen, danke. Ja. Bei der Pflanze. Genau. Wie hieß die Blume nochmal, die ich haben wollte? Geht so einen ganz merkwürdigen Namen, das weiß ich. Davon gibt es auch so eine kleine Mini-Popelinsel. Also irgendwas mit einem Buchstaben. Wow. Du bist nur so eine große Hilfe, was würde ich noch ohne dich tun? Ja. Weiß. Oh, ich weiß, was ich dann herstelle. Ich brauche String. Zwei Stück sogar da. Wir gehen nochmal als Zwillinge durch die Gegend. Äh. Ja. Ich brauche ein bisschen Endermen. Geil. Heute habe ich abgeschossen. Siehst du? Jetzt komme ich nicht mal auf den Baum. Was kommt davon? Hochbauen. Oh. Mann. Okay. Ich brauche aber trotzdem noch diese... Ach, Mann. Wie hieß denn die? Irgendwas mit Matsch, Mutsch, Mitsch. Machu Picchu. Gesundheit. Boah, ey. Scheiße. Ich finde die halt ernsthaft wirklich nicht. Hast du nicht irgendwas mit Mundstern gesagt? Ich weiß halt, wie die aussieht, aber irgendwie... Ich finde die halt gerade einfach nicht. Das war eine verkackte Orchidee. Das ist hier halt... Ist das hier eigentlich... Ey, ganz ehrlich, leck mich doch fett hier. Da ist er. So, für die brauche ich jetzt einen Kuchen, zwei Schneeblöcke, eine Wolle. Das ist so ein geiles Rezept. Wow. So, zwei Schneeblöcke. Einmal Wolle. Und wo ist der Kuchen? Das ist halt so ein geiles Rezept. Was ist das für ein Rezept? Keine Ahnung, das ist dann einfach mal die... äh... Runen... Oh, Runen auf Winter. Okay. Jetzt hat das mit einem Kuchen zu tun. Keine Ahnung, der soll hier aber mit rein. So, und was für eine Runen muss da rein? Runen auf Winter, Wasser und Erde. Okay. Einmal Wasser, einmal Erde. Du dahin. Du dahin. Ja, das dauert jetzt. Ist immer noch nicht voll genug. Ja, die braucht Ewigkeiten. Okay. In der Zeit kann ich was anderes machen. Okay. Okay. Wo ist Mutter, Mütter und Pestel? Brauchen wir hier dieses genau. Und dann? Das dauert. 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 geht das so auch ich brauche rote blümchen ich brauche rote blümchen halt für was ganz bestimmtes und du wirst es lieben das weg, das weg, das weg damit kann man Tyrox dann richtig schön erschrecken und ärgern wenn man Zwillinge durch die Gegend roten du hast das Boden mir weggeschmissen da rum oh man jetzt brauche ich hier Flint Flint kriegst du doch easy das da rein, das da rein, das da rein, also bei dir tauchen manchmal Geräusche auf dort denke ich mir echt, will das da jemand am verrecken oh, ich hätte vielleicht mal auf die Rune achten ich weiß selbst nicht was im Hintergrund abgeht das sind doch deine Eltern ja warum wirst du das dann nicht aber jetzt deine Eltern sind es so und yeah die Rune die Rune auf Winterhammer ich muss mein Jetpack wieder aufladen deine Mutter ist gerade angeschissen wegen irgendwas nicht angeschissen sondern sie ist auch nicht ans Mikro gekommen oh Gott sie hört mich doch wohl etwa nicht nee gut oh Gott, du gehst die Folge schon an äh, ja ja ro tú er wo glück glück nicht nicht erwart knapp 14 Bis zum nächsten Mal.